hier ist ich möchte euch einfach etwas über unseren weg oder über den weg mitteilen heute viele die bei mir bei den seminaren waren die viele jahre zu mir gekommen sind die produkte bei uns kaufen die versuchen ihr bewusstsein zu erweitern reden irgendwann davon dass sie ja diesen weg weitergehen wollen und andere reden davon dass sie diesen weg nicht weitergehen wollen und die meisten wissen aber gar nicht was sie wirklich damit sagen und was sie wirklich damit meinen weil sie meinen immer den weg von der genie solaria delphini das bedeutet dass ich energetische grundlagen geschaffen habe für meine kunden um diesen weg zu gehen das heißt ich habe einen auftrag hier auf der erde das weiß ja mittlerweile jeder was ich quasi vermittel jeder der mich kennt weiß dass wir von seelen nahrung sprechen die absolut notwendig sein wird in der kommenden zukunft in der ja an der näheren nahen zukunft sogar und den weg zu gehen heißt nicht jetzt unbedingt so hätte also auf seelen zu gehen und auf alles zu verzichten sondern sich vorzubereiten und auch sein bewusstsein vorzubereiten auf das was kommt den weg zu gehen bedeutet sein ego zu integrieren sein ego loszulassen das matrix die das ego ist an diese matrix gekoppelt das ego wird gesteuert und ja geführt durch die matrix sprich alle deine gedanken die vom ego kommen all deine verletzungen die vom ego kommen die du verletzungen an dir hältst sinnvoller matrix gesteuert und das gesamte system unsere dns unser körper und unsere feindschaftlichen körper sind eben so aufgebaut dass die matrix wie ein ja wie inzwischen keil ist eine zwischen ebene die ständig anspringt obwohl wir sie gar nicht brauchen ja wir haben ein eigenes gefühl system ein emotional körper wenn wir vollständige gewesen sind und keine op also organischen portale so dass wir genau spüren wenn irgendwas für uns nicht stimmig ist und wenn jemand zum beispiel selbst wenn jemand dich beleidigt du spürst dass er es nicht wirklich tief hinterlegt hat und nicht emotional gemeint hat dann trifft es uns auch nicht so aber das ego klingt sich dazwischen und regt sich dann auf und sagt ja aber das ist ja wohl echt eine frechheit was sich derjenige jetzt gerade erlaubt und dann fährt noch einmal der emotional körper hoch ist es wie ein zusätzlicher anschub ein zusätzlicher ansporn zur trennung zum falsch verstehen von anderen menschen also das ego steht uns ständig im weg weil die matrix dort sachen drauf liegt die dazu führen sollen dass wir eben nicht austral miteinander kommunizieren sprich emotional intelligent uns austauschen können und den weg zu gehen bedeutet eben diese ego brücke diese barriere zu überwinden immer mehr stufenweise sichtbar zu machen wie arbeitet dieses matrix ego in mir also generell bei jedem menschen hat es eigene hinterlegungen eigene programme beta kanäle auf die hier dieses programm zurückgreift ja manche sind einfach verletzt wenn jemand das vertrauen missbraucht hat andere sind verletzt wenn jemand unpünktlich ist andere sind verletzt wenn damit mit zerfetzten klamotten oder eben nicht der mode entsprechend auf der straße rumläuft oder sein auto ein kratzer hat es gibt verschiedenste sachen wie du dich verletzen lassen kannst das sollte man also herausfinden diese dinge und wie du gelebt hast auch über die familie und so weiter prägungen in der kindheit sind längst bearbeitet durch viele seminare die ich gegeben habe die auch online zur verfügung stehen indem man sie sich einfach als aufzeichnung kauft kauft gibt es die ego transformation seminare die herzöffnung seminare licht nahrungsprozess die seelen nahrung also beides ja im prinzip das gleiche führen nur dazu dass es die möglich ist durch diese inkarnation in der du gerade bist eine ja eine sinnvolle inkarnation daraus werden zu lassen dass du quasi am ende deines lebens spätestens aller aller spätestens dein ego hinter dir gelassen hast dass du es kennst von vorne bis hinten so wie jede ecke deines hauses du kennen solltest wenn du aufräumst und wo die dreck ecken sind dass du einfach weißt das sind die das sind die punkte wo man wo man angreifbar ist und wo man lernen sollte und zwar nicht mental darauf zu reagieren oder sehe ich über nlp oder new cage ja nett zu stimmen und einfach ein lächeln drüber zu schieben obwohl die nicht zum lächeln ist dass das ist nicht ego überwindung ego überwindung heißt wirklich sofort zu sehen und zu erkennen was wird hier eigentlich gespielt das heißt man sieht im auf dem weg ja zu dir zu deiner eigenen selbst zurück in einer eigenen schag und so sieht man immer mehr die matrix hintergrund die pläne der matrix sie wie schach spielt die versucht dich auszuschalten dich aus seiner mitte zu bringen was das einzigste ziel ist denn wenn sie uns die ganze zeit in der mitte lassen würden würde es so eine hohe schwingung auf der erde sein dass hier alles durchbrennen zum beispiel die formwandler die ganzen hologramme hier auf der erde das würde einfach ja sichtbar werden dass es fakes ist so wie jetzt auch in den letzten jahren viel viel mehr aufgedeckt wurde was alles an verarsche programmen inklusive nasa und so weiter auf der erde läuft und was wir hier wirklich haben diese aufdeckungsarbeit findet ja das haben wir ja schon vorher gesagt seit 2012 statt da waren wir noch komplett in der engelszene drin aber ich habe ja 2010 schon das erste seminar gegeben und aufgedeckt dass die aufgestiegenen meister eben egoisten sind und dass sie ihren preis dafür haben wollen wenn sie mit ihr arbeiten und dass sie nicht einfach so gehen wenn du sie weg stehst also sie sind nichts in der liebe und das hat damals noch keinen interessiert aber das war der weg das ist ein weg ich habe von meinem weg erzählt aber viele anderen sind ihren weg gegangen und haben auch diese erkenntnisse gehabt dass hier irgendetwas nicht stimmt im prinzip beginnt der weg seit deiner geburt seit deinem ersten atemzug dass du herausfindest dass du nicht essen willst oder dass dir was nicht bekommt dass du nicht so bist wie die anderen dass du fragen hast die keiner beantworten kann dass viele daran interessiert sind dass du ja in einer niederen frequenz bist dass du keine gute laune hast dass du dich ärgerst dass du ja aus deiner mitte geschmissen wirst und ja also den weg zu gehen bedeutet bewusst zu sein zu sehen was läuft hier eigentlich und sich ständig auch am bewusstsein zu halten und weiterzumachen veränderungen zu schaffen in seinem leben und nicht stehen zu bleiben das bedeutet an jeder ecke werden und wurden tausende von menschen die zu mir geführt wurden die ich auf den weg gebracht habe wieder vom weg runter geholt indem man es ihnen gemütlich gemacht hat und gesagt hat mir schau mal du kannst es auch schön in dieser matrix haben wenn du fleisch ist trotzdem kannst du glücklich sein du musst auch kein weiß tragen du musst einfach kannst du auch jedes jahr wieder in den geburtstag feiern du kannst weihnachten feiern du kannst einfach alle dinge tun die dir freude machen weil das wichtigste ist ja dass du hier auf der erde glücklich bist ja das sagt die allgemeinheit das sagt die new cage das sagen die wächter und die diener der matrix und es gibt tatsächlich menschen die dienen der matrix und die haben das in meinem seminar sogar wortwörtlich gesagt ich diene der matrix ohne dass sie gewusst haben dass sie das gesagt haben weil sie haben gedacht dass sie was anderes gesagt haben haben sie aber nicht und das thema ist einfach dieses dass wir ganz ganz wenige sind die herausgehen und den weg wirklich zu ende gehen und es sind viel 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 weniger als wir gedacht haben als du gedacht hast oder als vermuten würdest so schlimm dass es wenn wir es von anfang an gewusst hätten dass ich wahrscheinlich ja kaum jemand auf den weg gemacht hätte es wenigstens zu versuchen und es ist bei diesem weg heraus aus der matrix zu kommen in jedem fall nicht entscheidend ob du es in dieser inkarnation schaffst komplett herauszukommen aber jeder einzelne bus heute stelle die du den weg gegangen bist jede einzelne station musst du nicht noch einmal gehen außer du schaffst es in diesem leben tatsächlich wieder den gesamten weg den du gegangen bist inklusive dass du dich bereits von zehn nahrung genährt hast inklusive dass du vegan warst 20 jahre weiß getragen hast dass du einfach bewusst weiß wie läuft das hier auf diesem planeten mit ja mit bitcoin währung was für eine geistführung bekomme ich wenn ich in so etwas investiere das ist klar dass du kein einheitsbewusstsein danach mehr hast weil du dich für den teufel entschieden hast einen pakt mit dem teufel sprich du hast die matrix bevorzugt hier geld zu verdienen mit ja mit dem verlust von anderen natürlich deine energie zu gewinnen das bedeutet nicht der seelischen einheit zu dienen sprich einer seele zu dienen sie glücklich zu machen mit dem was zu tust sie im herzen zu berühren und wenn es ein brötchen ist was du mit liebe gebacken hast und an eine seele gibst das ist viel viel mehr wert als mit einer jacht oder mit einer villa irgendwo zu prallen oder anzugeben oder mit einem kreuzfahrtschiff werbung zu machen es ist einfach völlig unnötig wenn du natürlich geld begegnet dann heißt das nicht dass du materialistisch eingestellt bist sondern du kannst es für etwas einsetzen was wiederum anderen dient dass du dich auch weiterentwickelst du musst dein geld das haben auch einige von meinen kunden gemacht nicht aus dem fenster rausschmeißen nur weil du es verdient hast für das was du getan hast es verdienen heißt dass du es auch wieder einsetzen kannst und dass du damit transformationsprojekte starten kannst entweder für dich und für die alle einheit denn wenn dir geholfen ist und du dienst anderen und du bist glücklich an diesem ort dann kannst du auch andere aus seiner eigenen kraft und glückseligkeit wieder ein stückchen den weg entlang bringen und den energie zur verfügung stellen die sie nicht haben ja das ist der dir das heißt noch lange nicht dass man materialistisch ist ja aber zurück zum weg der weg wird kein leichter sein das wisst ihr das lied kennt ihr und er ist steinig und schwer so sieht es aus und trotzdem überhaupt nicht schwer weil das einzige was du machen musst ist loslassen das was du denkst zu lieben das was du denkst zu brauchen das was dir in der matrix in der masse vorgegaukelt wird es ist im prinzip wirklich einfach alles was die masse liebt denkt zu brauchen zum beispiel tiere zu töten weil dafür sind sie ja da man muss sie einfach nur essen ja wir haben sie zum fressen gern und andere dinge die einfach die gesellschaft vorlebt alkohol trinken sich also bewusst vernichten rauchen obwohl draufsteht was du für krankheiten kriegst einfach diese all irren dinge drogen nehmen weil das ist ja jetzt erfahren es ist ja just party hier wir sind ja hier um ja irgendwo abzuheben es ist einfach cool dieser spaß und fun planet nein es ist nicht so wir sind hier um seelen zu dienen die in dieser matrix schon weiß ich wie lange gefangen sind teilweise bist du selber mit verschiedenen seelenanteilen der hitter drin steckt und der hier raus wenn er längst erkannt hat und das sind ja entweder die ältesten seelen oder das sind die helfer sehen die erkannt haben dass hier irgendwas nicht stimmt spätestens jetzige weltsituation und sagen wir mal der goldene schuss durch die corona impfung ja also spätestens jetzt solltet ihr wissen dass ihr hier raus wollt ja also für die die noch nicht geimpft sind für die die geimpft sind habe ich derzeit keine lösung keinen plan weil das eine grundsatz entscheidung getroffen worden die dns umzugestalten spricht die das fundament deines hauses so umzubauen dass du da bloß noch ein lego haus drauf aufbauen kannst eben keines der natur entsprechend in der kommunikation mit seiner umgebung mit den höheren dimensionen es ist quasi nach der impfung unmöglich mit seinem ursprünglichen geist in verbindung zu treten beziehungsweise den astral körper zu bewegen oder ja einen transformationsprozess abzuschließen um eben nicht wieder hier inkarnieren zu müssen ja das ist ein defekt der vom wurzelschakra an dann startet und den weg zu gehen bedeutet von der wurzel an vom wurzelschakra sakralschakra sodaplexoschakra herzschakra kehlschakra zum stirnchakra zu gelangen das ist ja die normale bewusstseinsentwicklung die wir als kind auch machen aber dann auch unbedingt ins krone chakra hinein zu gelangen und das was ich eben aufgezählt habe erste zweite dritte vierte fünfte sechste siebte chakra setzt du bitte auch gleich mit dimensionen das heißt von der ersten bis zur siebten dimension durch zu marschieren um dann den kanal da sind wir auch gerade dabei haben gerade clearings seminare zur kanalarbeit auch gegeben jeder mensch der beseelt ist und der vollständig ist hat einen kanal alle anderen benutzen deinen holen sich energie und hacken sich in deinen kanal ein manipulieren und lenken dich in deinem eigenen kanal da gibt es so die wunderschöne 5-1 position wo quasi der mann seinen kanal in den kanal der frau versenkt und sie danach dann wie geistesgestört ihm sich unterwirft dinge tut die sie vorher nicht getan hat ich habe genug kunden ich habe dasselbe erlebt dass man danach nicht mehr frau seiner sinne ist im wahrsten sinne des wortes wenn der mann ein op ist oder sich bereits durch entscheidungen in seinem leben durch pakte verträge blutlinien die satanische dienste unterschrieben haben ja unterworfen hat dann ist das für die frau auch gefallen außer sie schmeißt ihn aus seinem kanal heraus all diese dinge zählen zu dem weg der bewusstseinsentwicklung und wie das so typisch ist für einen weg den man entlang geht man geht niemals zurück man hört niemals auf man bleibt nicht stehen man muss diesen weg weiter gehen und viele viele das ist einfach sehr traurig das kann ich jetzt am ende von ja 20 jahren praxis natur praxis arbeit inklusive also heil praktiker arbeit dann inklusive seminar arbeit einzelarbeit rückführungstherapien seminaren die wirklich transformationsprozesse auslösen also wir haben auch seminar partys gemacht zum beispiel im mittelalter fest wo man sich nochmal mit dem lebendigen leib in das mittelalter zurückbringen kann und dort sachen zu transformieren wir haben viele solche dinge getan das nur als beispiel um so nah wie möglich die transformatorischen ereignisse zu bringen und sie umwandeln zu können und das ist ein weg den man geht und den kann man nicht zurückgehen wenn man ihn wirklich gegangen ist ist es unmöglich diesen weg nicht weiter zu gehen weil es ist eine art erkenntnis domino das ist die ich jetzt wieder ein Stück fleisch zu essen oder sich schwarze kleidung anzuziehen oder plötzlich geld gierig zu werden und in bitcoins zu investieren es ist einfach ein unding wenn man ihn gegangen ist es funktioniert es es funktioniert nicht es ist wie wenn du so feinfühlig geworden bist dass du vor deinen augen die lüge sie ist wenn dich jemand anliegt es emotional intelligent durch den weg geworden Es ist unmöglich, diesen Weg nicht weiter zu gehen, weil es ist eine Art Erkenntnis-Domino. Also ein Stein fällt um, dann fällt der Nächste, der Nächste, der Nächste und du kannst gar nicht aufhalten, weil du einfach gar nicht weißt, wo du zuerst hinschauen sollst. Plötzlich entpuppt sich vor deinen Augen die Matrix. Du siehst immer mehr, wie die Spiele, die Welthungerspiele wirklich stattfinden. Ja, die To Buta of Panen, das ist das, was sie hier tun mit uns. Sie sorgen dafür, dass wir uns gegenseitig abschlachten, damit gar keiner, gar kein einziger ans Ziel kommt. Und wenn derjenige ans Ziel kommt, dann vernichten sie ihn auf eine andere Art und Weise oder haben das zumindest vor. Und die Chancen, das weiß jeder, dass sie recht schlecht sind, wenn man unter die falschen Leute kommt, wenn man unter Wächter geht. Und es ist klar, wenn du ein Matrix-Spiel verlassen willst und du spielst mal Schach gegen einen Computer, dann weißt du genau, der kennt alle Hintertüren seiner eigenen Matrix. Der kennt die Tricks, der weiß, welche Menschen er einsetzen muss. Er kennt dich, diese Matrix kennt dich viel besser, als du selber hier in diesem Ego-Bewusstsein der Zeit, in diesem kurzen Leben, Verhältnis zu deinem ewigen und endlichen Bewusstsein aufgeschlüsselt hast. Aber je länger du hier in der Matrix bist, es wurde alles gespeichert über dich, es ist alles registriert. In deinem Fundament sind die Kratzer und die Risse drin, sodass man genau, ganz einfach, nur diese wieder aufreißen muss, die Messer reinstechen muss in die Herzen. Und es wird nichts vergessen, in unserer DNS wird nichts vergessen. Das ist es, was uns so besonders macht. Und vor allen Dingen wird eine einzige Sache niemals vergessen werden in uns, dass wir lieben. Wir lieben einfach ohne Grund. Wir sind glücklich, wir arbeiten auch als Putzfrau für ganz, ganz wenig Geld, aber wir tun diesen Job gerne. Das hat nichts damit zu tun, dass ich mir einreden muss, dass ich nett sein muss bei diesem Job, sondern ich liebe es. Es ist einfach so, egal was du tust, du liebst es zu tun, wenn es einem anderen Menschen dient, der dich liebt oder der gut zu dir ist. Es ist ganz einfach so. Das ist auch der Weg. Den Weg zu gehen heißt, immer wieder aufzudecken, zu entdecken, weiterzugehen und natürlich loszulassen. Und wenn du nicht weiterkommst und sagst, eigentlich drehe ich mich jetzt schon seit vier Jahren im Kreis, ich lebe am Existenzminimum, ich komme nicht weiter, ich schaffe es gerade so finanziell über die Runden, dann hat das einen Grund. Das hat vielleicht einen Grund, dass du in der Ebene, in der du bist, besser aufdecken kannst, was eigentlich läuft. Aber das Problem ist, dass wir so viele Gegenspiele haben, dass viele eingeschläfert werden. Wir haben Kontrollprogramme, die schauen aus wie mentale Gefängnisse, die sind um jeden einzelnen Chakra-Ring herumgelegt, so wie Ringe, Chakrenscheiben, die vom Vollmond und vielen anderen Mind-Kontroll-Waffen auch inner der Erde aufgeladen werden, durch Rituale über die Ley-Lines, jeden Tag finden okkulte Sachen statt. Sternenkonstellationen werden zusammengeschoben, sodass es einfach teilweise unmöglich ist, auf bestimmte Dinge zurückzugreifen und eine Transformation zu starten, weil es sie einfach wie, wenn du kurz etwas wieder nach einem Fisch greifst und dann denkst du, du hast sie und dann ist sie schon wieder aus deinen Fingern heraus. Sie machen das, die Matrix kann das machen, weil die Matrix ist quasi ein unsichtbarer Gegenspieler, der immer da ist, aber er ist so sichtbar, wie du gar nicht glaubst, weil er findet in deinem eigenen Kopf, in deinem eigenen Verstand statt. Es sind deine Gedanken und wenn du weiter beginnen würdest, deine Gedanken, deine Einspielungen von Gedanken nicht für wirklich zu halten, sondern sie für eine Illusion zu halten und für ein Programm zu halten, dann würdest du wissen, was dein Ego ist, wie es funktioniert, wie sie damit arbeiten und es selbstständig abschalten können. Aber das soll keine mentale Akrobatik werden, denn eines möchte ich euch hiermit unbedingt mitteilen, wenn du anfängst wirklich zu lieben, sprich dankbar zu sein und diese Resonanz auch kontinuierlich bestätigst in allem, in allem. Und das muss eine echte Liebe sein. Mentale Liebe zählt nicht, die kommt nicht auf dein Konto. Weil wenn es mentale Liebe ist, dann wird es sogar schlimmer, dann irgendwann dann erfährst, dass derjenige, für den du den Weg gegangen bist, ja nicht hinter dir steht oder ja einfach kein Vertrauen in dich hat und du dann zurückgehst für denjenigen, sei es ein Partner oder für einen spirituellen Lehrer oder für mich, keine Ahnung, was sich so einige ausdenken, warum sie zu mir kommen, ja, dann war es nicht echt. Du kannst den Weg nicht zurückgehen, weil du lebst ja die ganze Zeit, denn dann automatisch, um auf den Punkt zurückzukommen, dann ziehst du auch Liebe in deinem Leben an, du ziehst vor allen Dingen Führung in deinem Leben an und den Weg zu gehen, das ist der zweite Teil. Wenn du anfängst, von einer höheren Frequenz, in der du wirklich existierst, geführt zu werden, um dahin zu kommen, aus der siebten Dimension deine Führung über deinen Kanal zu erhalten, ja, das kannst du nur, wenn du hier unten auf der Erde in bedingungsloser Liebe dienst und jede Seele auf der Straße, wo auch immer du eine entdeckst, und es sind nicht viele, ja, die richtigen Entscheidungen triffst und für sie da bist, sind das natürlich Diener der Matrix und du machst, weil ich gesagt habe, jedem Menschen dienen, ihm ein Geschenk oder eine Freude, dann hast du natürlich der Matrix zugestimmt. Du musst herausfinden, wie sich eine Seele anfühlt und wie sich ein Matrix-Diener anfühlt, ein Wächter, ein OP, ein organisches Portal, ist ein Magier, ein Schauspieler, einer, der nicht ganz dicht ist, und das ist auch dein erster Gedanke, dein erstes Gefühl, man sieht es ihnen an, von oben bis unten, und dass sie nicht gesund sind. Man sieht es ihnen einfach an und Frau sieht es ihnen auch an. Und es liegt bei dir, du bekommst deine Prüfungen von der höheren Dimensionsebene, in der wir existieren, jeden Tag serviert. Und das kann sein, dass zehn Bettler, die an dir vorbeilaufen, dass du die Hände wegschlägst und sagst, nee, geht arbeiten. Ja, aber einer kommt vielleicht, der schaut dich anders an und dem legst du alles, was du in deinem Portemonnaie hast, gerade in die Hand, weil du denkst, boah, ich spüre das einfach, der braucht das heute, der ist es. Dann sind die Prüfungen deiner höheren Ebenen bestätigt, weil du fühlst, je mehr du fühlst und je mehr du dieses Gefühl bestätigst und bestätigst, dass du einfach nur möchtest, dass es Seelen hier unten auf dieser Erde gut geht. Und das kann ein ganzes Leben lang sein, ein ganzes Leben lang einfach nur in Liebe für andere Seelen da zu sein. Dann reicht es am Ende definitiv aus, das ist dann überhaupt keine Frage, dass sich deine höhere Dimension von alleine einklingt, deinen Kanal öffnet, dich führt und nach Hause bringt. Und der Weg nach Hause, der geht nicht über diese Matrix, sodass du denkst, boah, jetzt da draußen suche ich mir eins am Insel, und dann fahre ich da hin und dann kommt ein Raumschiff und dann bringen die mich irgendwo hin und dann bringen die mich in eine andere Dimension. Nein, 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 nein. Das ist nicht der Weg. Der Weg ist tief in dir. Du entdeckst, was ich vorhin schon sagte, du entdeckst. Du deckst Dinge auf, du siehst immer mehr, was hinter diesen Dingen steht. Du arbeitest dich nach innen und nicht nach außen. Das Bewusstsein, das Wissen, die Weisheit, die Erkenntnis kommt von innen, du weißt genau, was da draußen für ein Spiel gespielt wird. Wir werden dir Informationen mitgeteilt aus der Erkenntnis, aus dem Entdecken heraus, dass da irgendwas mit der Person nicht stimmt. Du siehst die Fäden, die hinter den Personen stehen, sogar die Wesen kannst du sehen. Es ist also ein Prozess, der von ganz tiefem Inneren entsteht. Der Weg, der vielleicht am Anfang von mir angestoßen wurde, um einfach auch zu prüfen, zu fühlen, zu sammeln, euch gemeinsam zu stärken, indem wir Gruppen gebildet haben. Am Anfang ja gar nicht, da war ich ja überhaupt nicht der Fan von Gruppen, weil ich gewusst habe, dass diese Gruppen sich spalten werden, dass wir Verräter und Schläfer drin haben, dass die Gruppen auseinandergerissen werden. Ich wollte niemals nach Seminaren Teilnehmerlisten und Namenskontaktdaten weitergeben. Und das war nicht aufzuhalten. Glaubt mir, ich wollte niemals eine Gruppe. Ich habe kein Forum gegründet, gar nichts. Ich wollte nur, dass die Seelen, und das ist eine Eigenschaft von Seelen, individuell diesen Weg weitergehen. Und dennoch ist es schwer geworden in dieser Matrix. Ich bin froh, dass es jetzt Gruppen gibt, dass sie sich durchgebissen haben durch viele, viele Bushaltestellen und sich immer noch zusammenreißen und sagen, hey, der Weg ist mir wichtiger als mein eigenes Ego. Es ist mir egal, weil ich weiß, am Ende bringt es nur was, wenn einige sich zusammenschließen, um Neutrinofilter stärker werden zu lassen. Das ist auch der Weg. Vor allen Dingen, wenn man keinen Partner hat, solltest du wenigstens gute Bekannte haben, die denselben Weg gehen, die den wirklich gehen, wo du weißt. Die setzen das auch um, die reden nicht nur darüber. Den Weg zu gehen, heißt tatsächlich, Fakten zu zeigen, hinter sich zu lassen, darüber zu kommunizieren, über seine Erkenntnisse. Denn jeden Tag strömen die Kenntnisse auf dich ein. Und du willst es auch austauschen. Du liebst es zu kommunizieren. Du willst es mit einem anderen teilen, mitteilen. Du behältst nichts für dich. All diese anderen Dinge sind dein Ego. Du verstehst und erkennst viel besser, wenn du anfängst zu kommunizieren mit jemandem, weil er dir auch den Ball zuschmeißt. Wenn du ihm ihn zuschmeißt, schmeißt er ihn dir wieder zu. Wie beim Beispiel. Und dann gebe ich dir wieder eine Information, dann kriegst du eine Information. Nur nicht vollständige Wesen in diesen Körpern kommunizieren nicht. Sie sind OPs, organische Portale. Sie haben die oberen vier Chakren nicht beseelt. Sie sind abhängig von anderen, die sie haben. Und holen sich dementsprechend aus den Kanälen auch die Energie in ihren. Und dann, wenn sie uns quasi die Energie abziehen, was kein Problem ist. Wir holen uns jeden Tag wieder neue Energie nach. Dann ziehen sie uns aber die Energie weg für unsere eigene Weiterentwicklung. Für die oberen Chakren ist es wie, wenn du einen Heißluftballon hast und zu viel Sandsäcke dranhängen. Du musst einen nach dem anderen abschmeißen. Weil irgendwas nicht stimmt. Weil er es einfach nicht kann. Weil er nicht funktioniert. Er funktioniert nicht. So wie es eigentlich gedacht war. Er arbeitet für die Matrix, dient der Matrix. Und damit seinem Ego und anderen Egos. Er ist einfach nicht in der Lage, diese Geister hinfortzuschicken, zu ignorieren, zu erkennen und mit dem Herzen zu handeln. Denn das ist das Problem derjenigen, die aus dem Weg aussteigen. Die aus diesem Weg. Und das findet weltweit statt. Es gibt nicht nur das, was ich euch zeige, was ihr bei mir lernt. Weltweit entdecken. Entdecken Menschen, Foren, Gruppen, Forscher und einfach lebendige, offene Seelen, was hier eigentlich los ist. Das sind alles zusammengetragen. Finden wir im World Wide Web, das ist so derzeit noch, ich weiß nicht, wie lange das noch möglich ist. Um viel, viel schneller die Entwicklung von anderen Seelen wiederum zu fördern. Auch das dient Seelen. Denn sie können sich viel schneller aus ihrem Gefängnis heraus bewegen. Das ist auch der Grund, warum ich YouTube-Videos mache. Um sie zu erreichen. Und wenn es nur ein Satz ist, den ich sage und der ist hinterlegt. Und sie wissen, was sie machen. Sie wissen endlich, dass sie die Wächter-Gefängnisse ihrer Familien loslassen müssen, weil sie sind bewusst in dieser Familie inkarniert worden. Ihr habt bei der Inkarnation nicht die Wahl, in eine Familie der Wahl zu landen, sondern die Matrix weiß, warum ihr inkarniert seid als Helfer Seelen. Und ihr habt das unterschrieben und ihr wisst, wer ihr seid. Und ihr wusstet, dass ihr hier nicht alleine runterkommt. Ihr habt in jeder Dimension mindestens einen Geistführer. Das ist das Ziel gewesen. Am Ende ganz klar wieder an die hohe Führung anzuschließen und so viel wie möglich Seelen wenigstens eine Bushaltestelle weitergebracht zu haben. Wenigstens eine einzige. Wisst ihr, was das auf der seelischen Ebene bedeutet? Dass sie in den nächsten 26.000 Jahren wieder eine Bushaltestelle weitergehen können oder sich sogar daran erinnern, an alles, was sie von dir gesehen haben, gelernt haben, ob es die weiße Kleidung ist, was auch immer. Es ist in ihrer DNS geschrieben. Nichts geht mehr verloren. Denn der Weg, den wir für sie gehen, der bleibt hier in ihren Zellen, weil wir mit ihnen diesen Weg gegangen sind. Der bleibt im Feld der Erde. Egal wie sehr sie das umschreiben, es wird wiederentdeckt werden. Egal wie sehr sie versuchen, diese Matrix auch auf der Oberfläche zu zerstören, auf das sich niemand mehr an irgendwas Natürliches erinnern kann. Weder an einem Baum, noch wie Menschen Kinder bekommen, noch wie Babys aussehen, weil sie alles nur noch klonen werden oder künstlich erschaffen werden. Wie man einen Salat anbaut, das braucht es alles nicht, weil das gehört auch zur Matrix dazu. Diese Seelen werden hier rauskommen, weil sie mit uns gegangen sind. Sie sind alle, vor allen Dingen auch, ich rede jetzt von meinen ehemaligen Nina-Kunden, auch die Tausende, die ich mitgezogen habe, viele Jahre teilweise, die dann irgendwann ausgestiegen sind, weil sie gesagt haben, ne, ich verlasse nicht mein Land, ich kann einfach meine Enkelkinder nicht, meine Hauskatze, meinen Partner, ja, der einfach nun mal Fleisch liebt, nicht loslassen, ich kann meine Mutter nicht loslassen, die sowieso im Sterben liegt, ja, ich kann, ich kann, ich kann, ich kann nicht, habe ich immer gehört. Es geht einfach nicht, es tut mir leid, es geht ohne mich, ja. Ihr werdet irgendwann erkennen, dass ihr im Matrix-Gefängnis seid und dass die Menschen, an denen ihr glaubt zu hängen, nicht eure Freunde sind, dass das eure Wächter sind und sie wissen genau, dass sie über euer Mitgefühl, über euer Mitleid, euch versuchen, die Feilen zu stellen und es gibt keinen Grund, mit einer anderen Seele mitzuleiden. Wenn es sich um eine Seele handelt, dann hat sie die gleiche Führung und die gleiche Stärke von oben, hier rauszukommen. Es gibt keinen Grund, seine Energie an eine Seele zu verschwenden, ihr Energie zu geben, denn sie hat die ganze Zeit dieselbe Quelle, von der sie sich nährt und wenn sich diese Quelle zurückzieht aus ihrem Körper, dann geht da etwas anderes hinein und das ist, was ihr nährt, das ist, was ihr nicht loslassen könnt und die Seelen, die meisten, die noch übrig waren, das waren Seelenanteile, die sind schon längst gegangen. Die Frequenz der Erde ist schon so niedrig, dass die meisten Seelen schon entrückt sind aus ihrem Körper und dass wir es jetzt hier mit reinrassigen Drakos, Reptos zu tun haben in der ätherischen Ebene Dämonen als Geistführer, sieht man an ihrer Veränderung ihres Körpers, die nicht mehr schön aussehen. Eine Seele muss nicht altfaltig eingeschlagenen Augen oder mit Gestank sterben, sowas gibt es nicht. Es gibt entweder, zieht sich die Seele zurück, dann stirbt derjenige oder er lebt bis zu dem Moment, wo die Seele ihn halt hier auf der Erde braucht und er noch etwas zu transformieren hat. Wenn es sich um eine Seele handelt, dann dient sie nicht der Matrix, dann lebt sie nicht in dieser Matrix und gibt sich dem Fernseher hin oder Kartenspielen oder UNO, bis der letzte Todesatmenschub kommt. Nein, sie ist bis zur letzten Sekunde in Transformationsprozessen. Sie erarbeitet etwas. Sie ist ja nur hier unten, um etwas zu lernen und um etwas zu transformieren, was sie verletzt hat, was sie wieder in Ordnung bringen möchte. Vielleicht bringt sie auch einfach nur etwas in Ordnung. Aber wenn ein alter, kranker Mensch sich nicht mehr weiterentwickelt, handelt es sich nicht um Beselung. Das Einzige, was ihn besielt, ist die Matrix. Es gibt also auch die Art von negativer Beselung. Nur ist es dann halt keine Seele. Man nennt das einfach Bewohnung auch. Und natürlich die der dunklen Mächte, die dann wiederum andere Seelen, die hell leuchten, fressen. Und das merkt ihr daran, wenn ihr irgendwo hingeht und es zieht euch jemand die Energie ab und du hältst es einfach nicht mehr aus. Nur sie benutzen die alten Beta-Kanälen, die emotionalen Verbindungen, die gesellschaftlichen Zwänge und Strukturen. Ach, das ist ja deine Mutter, das ist ja, was ich für das alles ist. Du musst ja, der dienen. Denn sie hat ja schließlich dich zur Welt gebracht. Nein, sie ist tot. Stellt euch vor, viele, die geimpft sind, sind schon tot. Und zwar just im Moment, wo die sich entschieden haben, Grundschlümpfung. Nicht, wenn sie Grundschlümpfung bekommen haben. Nein, als sie astral die Entscheidung gemacht haben, die Grundschlümpfung lassen, war es vorbei. Was würdest du als Seele machen? Wenn jemand da unten entscheidet, in deinem dritt-dreidimensionalen Körper sich entschlümpfen lassen. Ja, also, dann kannst du gehen, weil was willst du noch hier unten? Die Energie von dir, der Matrix zur Verfügung stellen und den dunklen Mächten? Nein. Wir gehen aus Liebe und zum Schutz für alle anderen Seelen. Und das ist das Problem, was wir hier haben. Den Weg zu gehen, heißt, loszulassen, die Erkenntnisse zu haben, was läuft hier eigentlich, auch Partner zu verlassen, die sich nicht weiterentwickeln. Es gibt so scheinbar liebe Menschen, die so liebevoll sind, dass sie dich ja so verstehen und dass sie dich auch unterstützen und dir Geld geben für die Seminare und alles machen, was du machst, aber nie aus der eigenen Kraft heraus einen Anstoß bringen und dann nochmal dir einen Input geben, eine normale, gesunde Kommunikation mit der Umgebung zu starten und zu sagen, hey, du hast jetzt was über vegane Ernährung rausgesucht. Dann könnte vom Partner kommen, hey, Schatz, nach zwei Wochen, ich habe es jetzt probiert mit vegan, schau mal, was bei mir alles passiert ist. Ich bin jetzt soweit, lass uns einen super schönen ökologischen Anbau machen oder lass uns Seelennahrung machen, eine erweiterte Form von Erkenntnissen. Das ist ein Hin und Her, das ist wie beim Tisch, denn das Hin und Her, du wirfst den Ball hin, du schickst ihn zurück, du wirfst den Ball hin, du schickst ihn zurück und wenn du von deinen Beziehungspersonen, wo du glaubst, sie festhalten zu müssen, weil sie ja deiner Familie angehören, weil du schon 20 Jahre verheiratet bist, weil du Kinder mit ihnen hast, aber wenn du den Ball nicht mehr kriegst, beende das Spiel und geh. Es bringt nichts, du ermordest dich selbst, dir wird die Energie weggezogen, dein Heißluftballon geht nach unten und das war es mit der siebten Dimension. Wenn du das natürlich ansammelst und dir immer wieder schönredest und sagst, ja irgendwann werden sie den Weg schon gehen, heute die Zeit ist vorbei, es rennt die Zeit weg, deine Energie rennt weg und du schaffst es nicht, rechtzeitig in die höchste Dimension zu kommen. Das Einzige, was dir passieren kann, dass du ein komplettes, totales Knockout kriegst. Das heißt, dass du alles, was du eigentlich hättest in den letzten zehn Jahren machen können, dass du das an einem Tag machst. Ich sagte, dir fliegt die Matrix um die Ohren, das hält kein normaler Menschenverstand aus. Ich kann aber nur sagen, selbst das würde ich für diesen Weg machen, um hier rauszukommen und nicht in der nächsten Inkarnation bei den Dracos zu landen und bei den Reptors, bei den Lizards, die deine Inkarnation wieder kontrollieren, denn die Gefängnisse, die wir bisher hatten, die waren noch harmlos. Die waren noch harmlos. Wir hatten hier vermeintliche Freiheit, wir konnten vermeintlich Dinge tun, die uns Spaß gemacht haben, mit der Natur sein, wir konnten mit Bäumen sprechen, mit Pflanzen sprechen. Wisst ihr, was der nächste Zyklus vorhat? Nichts davon. Nur kosmisches Gefängnis. Eiskalte Maschinen, Cyborg, Terminator, habt ihr alles gesehen, was kommt. Und das ist das, wofür du dich entscheidest, wenn du diesen Weg nicht weitergehst. Das ist für mich vollkommen in Ordnung. Aber dieses Video und diese Botschaft habe ich an alle Seelen da draußen gesprochen, nur für die, all die Seelen, die da draußen noch wenigstens noch eine Bushaltestelle weitergehen wollen. Das wird euch etwas bringen, weil eines müsst ihr nie mehr, wenn ihr einen Weg gegangen seid, bis zu einem bestimmten Punkt, müsst ihr nie wieder gehen. Aber zurück geht man niemals, man geht niemals zurück. Ja, also niemals zu einem Partner zurückgehen oder zu jemandem zurückgehen, den du bereits verlassen hast oder an einen Ort zurückgehen, den du bereits verlassen hast. Weil dann holt dich diese zweite Zustimmung komplett in die Matrix zurück und die Seelenführung wird oben abdanken und sagen, okay, sie hat es wieder nicht verstanden. Sie hat es einfach nicht verstanden. Gehen wir, probieren wir eine andere Variante, aber wir ziehen uns zurück zum Schutz auch für dich selbst. Ja, weil dann würde nämlich die Matrix die Energie kriegen, wenn du mit dieser Energie weiterziehst. Ja, und in dem Sinne hoffe ich euch, weitergeholfen zu haben, wer auch immer dieses Video hört, wann auch immer das sein wird und wie lange ihr das noch zur Verfügung habt, das weiß ich nicht. Mach den nächsten Schritt und beeil dich. Und für die, die nicht weiterkommen, die nicht wissen, wie es weitergeht, seid mutig, schließe die große Tür. Jeder, der zu mir kommt, der sagt, ja, ich weiß jetzt auch nicht, wie es weitergeht, ich brauche mal eine Einzelsitzung, ich weiß nicht, was ich als nächstes tun soll. Erzählt mir nicht so einen Scheiß. Jeder von euch weiß. Hör mir genau zu. Jeder von euch weiß, was er zu tun hat. Jeder von euch weiß das. Du weißt genau, wo das Problem liegt, wo der Hase im Köffer ist, wer dich stört und was du gerne verändern möchtest. Mach deine Augen zu und frag dich, wo ist meine ganze Energie, wer zieht mir meine ganze Energie und was zieht mir meine ganze Energie und beende es. Das ist immer der nächste Schritt. Es ist so einfach. Das möchte ich euch mitgeben am Ende von diesem Video. Es ist ganz leicht, diesen Weg zu gehen. Du musst nur das hinter dir lassen, was dir nicht gut tut, was dir deine Glückseligkeit, deine Seele austreibt, deine Glückseligkeit nicht gönnt, was dich am liebsten am Boden sieht, was es liebt, dich voll zu jammern und voll zu sabbern mit negativer Energie. Das lasse los und du gehst die nächste Stufe. Ist das so schwer, ihr Lieben? Nein. Es braucht Mut und Zuversicht. Und ich sage euch, wenn du 10 Stufen gegangen bist, gehst du auch 20. Und wenn du 20 gegangen bist, bist du auch 100. Und nach 100 Stufen hörst du nie wieder auf, an die Stufe zu gehen. In Liebe und Dankbarkeit hier, René. In Liebe.online Das ist unsere Homepage.